In diesem Jahr stehen neue Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst an. Die geforderten Lohnerhöhungen sind auf einem Rekordniveau. Was Erzieher und Erzieherinnen aktuell verdienen, wie die konkreten Forderungen für die anstehende Tarifrunde aussehen und wie realistisch diese sind, erfährst du im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wollen wir uns das Gehalt für Erzieher und Erzieherinnen anschauen. Zusätzlich blicken wir auf die anstehende Tarifverhandlungen und die dazugehörigen Forderungen. Lasse gerne ein kostenloses Abo da, um keines der wöchentlichen Videos auf dem Erzieherkanal mehr zu verpassen und die Arbeit hinter dem Kanal zu unterstützen. Und jetzt viel Spaß beim Video. An dieser Stelle sollte eigentlich ein Video zu dem aktuellen Gehalt für Erzieher und Erzieherinnen für das Jahr 2023 erscheinen. So eine Art Video mache ich eigentlich immer zu Beginn eines Jahres. Auf Grundlage des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes Sozial- und Erziehungsdienst. Kurz TVED SUE. Leider ist das an dieser Stelle jetzt noch nicht möglich, da es ab dem 24. Januar 2023 erst zu den Tarifverhandlungen kommt. Ein Abschluss wird für Ende März 2023 erwartet. Erst dann lassen sich klare Aussagen über eine mögliche Erhöhung des Tariflohns machen. In diesem Video möchte ich gleich die aktuellen Gehaltszahlen für Erzieher und Erzieherinnen nach dem TVED nennen. Diese sind jedoch nur bis zum 31.12.2022 gültig. Darauf, was das jetzt aktuell für das Gehalt bedeutet, gehe ich im Verlauf des Videos noch ein. Anschließend stelle ich die Forderungen der Tarifverhandlungen für 2023 dar. Also bleibt bis zum Schluss dran. Vorab muss gesagt werden, dass die Bezahlung nicht einheitlich ist. Es gibt unterschiedliche Tarifverträge und es gibt Einrichtungen, Träger und Organisationen, die nach ihrem eigenen Haustarif zahlen. In aller Regel lässt es sich sagen, dass man sich am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes sehr gut orientieren kann, welches Gehalt man als Erzieher oder Erzieherin verlangen kann. Die meisten anderen Tarifverträge und Haustarife liegen unter dem gleich erwähnten Gehalt, viele sogar sehr, sehr deutlich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass sich wirklich niemand mit so einem verantwortungsvollen Beruf und einer so anspruchsvollen, langjährigen Ausbildung unterbezahlen lassen sollte, vor allem nicht in Zeiten des Personalmangels. Die Eingruppierung in den TVÖD SUE findet in der Regel für Erzieher und Erzieherinnen in S8a statt. In einigen Fällen gibt es auch die Entgeltgruppe S8b für Erzieher und Erzieherinnen. Man spricht hier von schwieriger Tätigkeit. Das ist beispielsweise in Integrationsgruppen oder in der Kinder- und Jugendhilfe der Fall. Zusätzlich ist das Gehalt abhängig von der Berufserfahrung. Dort gibt es die Stufen 1 bis 6. Diese steigen je nach Berufserfahrung an. Ohne Berufserfahrung bzw. ohne Anerkennung von Berufserfahrung startet man in Stufe 1. Nach einem Jahr in Stufe 1 gelangt man in Stufe 2. Nach drei Jahren in Stufe 2 gelangt man in Stufe 3. Nach vier Jahren in Stufe 3 gelangt man in Stufe 4. Nach vier Jahren in Stufe 4 gelangt man in Stufe 5. Und nach fünf Jahren in Stufe 5 gelangt man in die letzte Stufe in Stufe 6. Zusätzlich ist das Gehalt natürlich abhängig von der Arbeitszeit und von der persönlichen Steuerklasse. Bist du nicht verheiratet, dann bist du in der Regel in Steuerklasse 1. Schauen wir uns das Gehalt von einer Person in Steuerklasse 1 an, welche Vollzeit im Kindergarten arbeitet und frisch im Beruf startet. Dann schauen wir, was sie nach fünf Jahren Berufserfahrung verdient. Und dann, was sie nach 20 Jahren Berufserfahrung verdient. Angegeben wird das Jahresbruttogehalt, die Jahressonderzahlung, das Monatsbruttogehalt und das Monatsnettogehalt. Das Monatsnettogehalt ist das, was am Ende des Monats auf dein Konto überwiesen wird. Zum Berufseinstieg Nach fünf Jahren anerkannter Berufserfahrung, Eingruppierung in TVÖD S8A Stufe 3. Das Jahresbruttogehalt beträgt hier 42.991,92 Euro. Darin enthalten sind Jahresbrutto-Sonderzahlungen in Höhe von 2.671,56 Euro. Das monatliche Bruttogehalt beträgt 3.360,03 Euro. Auf das Konto überwiesen werden Netto 2.130,14 Euro. Nach 20 Jahren anerkannter Berufserfahrung, Eingruppierung in TVÖD S8A Stufe 6. Das Jahresbruttogehalt beträgt hier 50.918,36 Euro. Darin enthalten sind Jahresbrutto-Sonderzahlungen in Höhe von 3.164,12 Euro. Das monatliche Bruttogehalt beträgt 3.979,52 Euro. Auf das Konto überwiesen werden Netto 2.440,71 Euro. Wie eingangs schon erwähnt ist der Tarifvertrag nur bis zum 31.12.2022 gültig gewesen. Das bedeutet, dass alle, die nach TVÖD bezahlt werden, zwar dieses Gehalt weiter erhalten werden, es aber aller Voraussicht nach, nach Beendigung der anstehenden Tarifverhandlungen, eine rückwirkende Nachzahlung geben wird. Möglicherweise gibt es eine Übergangsregelung. Gezählt wird dann ab dem 01.01.2023. Die Tarifverhandlungen sind für den 24. Januar, den 22. und 23. Februar und vom 27. bis 29. März 2023 angesetzt. Danach sollte ein Ergebnis stehen. Ich werde spätestens nach Abschluss der Tarifverhandlungen ein Video zu dem Thema mit den endgültigen Gehaltsangaben machen. Die Tarifrunde und die Forderungen der Gewerkschaften für das Jahr 2023 blicken dabei auf den Tarifabschluss der IG Metall im November 2022. Diese hat für die Arbeitnehmer eine satte Lohnsteigerung von insgesamt 8,5% erzielt. Zusätzlich wird es dort eine Einmalzahlung in Höhe von 3000 Euro geben. Schauen wir uns jetzt an, was bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des TVÖDs gefordert wird. In der Tarifrunde gibt es unterschiedliche Gewerkschaften, welche die unterschiedlichen Berufsgruppen vertreten. Für die Interessen des Erziehungs- und Sozialdienstes tritt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ein, kurz GEW. Gefordert wird eine Lohnerhöhung für alle Beschäftigten im TVÖD von 10,5%, mindestens aber 500 Euro. Zusätzlich sollen alle Auszubildenden, Dualstudierende und Praktikanten und Praktikantinnen, die nach dem Tarifvertrag bezahlt werden, 200 Euro mehr erhalten. Die Forderungen dieser Tarifverhandlungen sind in ihrer Höhe tatsächlich wirklich rekordverdächtig. Angesichts der extrem starken finanziellen Belastung durch die Inflation aber absolut gerechtfertigt. Es geht bei der Forderung von 10,5% mehr Gehalt, also vielmehr um eine Einkommenssicherung, welche aufgrund der deutlich spürbaren hohen Inflation im Jahr 2022 notwendig ist. Die Inflation frisst die Gehälter auf. Hinsichtlich des Tarifergebnisses der IG Metall lässt sich zumindest auf ein gutes Ergebnis hoffen. Maike Finnern, GEW-Chefin, äußert sich wie folgt über den sozialen Bereich und den Tarifforderungen für 2023. Sie sind hoch motiviert und engagiert. Gerade in Krisensituationen zeigt sich, welche Bedeutung ihre tägliche Arbeit für unsere Gesellschaft hat. Kitas, Jugendhilfe und Sozialarbeit sind wichtige Stützen. Sie sorgen dafür, dass die Menschen, Beruf und Familie auch in diesen schwierigen Zeiten miteinander vereinbaren können. Sie sind Profis und sie brauchen mehr. Wie stehst du zu dem Thema? Wie schätzt du die Höhe des Gehalts im Sozialwesen ein? Und was hältst du von den Forderungen zur anstehenden Tariferhandlung? Schreib dazu doch gerne einen Kommentar. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal